Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Abiturprüfungen in Niedersachsen unterbrochen wegen Einbruch. Unterbrechung der Abiturprüfungen in Niedersachsen nach brachialem Vorfalle. In einem unerwarteten Zwischenfall wurden die Abiturprüfungen in einer Schule in Niedersachsen kurzzeitig unterbrochen. Wie aus Berichten hervorgeht, war der Vorfall das Ergebnis eines Einbruchs in die Räumlichkeiten des Bildungszentrums. Quelle NDR Nachrichten. Der Einbruch ereignete sich in den frühen Morgenstunden und führte zur Unterbrechung der durchzuführenden Prüfungen. Die Beamten wurden sofort auf den Vorfall aufmerksam gemacht und mit der Untersuchung des Geländes begonnen, Zeit online. Laut Augenzeugenberichten wurde der Unterricht derjenigen, die sich gerade in ihren Abiturprüfungen befanden, kurzfristig ausgesetzt. Die Schulleitung entschied, dass die Unterbrechung notwendig war, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf der Polizeiuntersuchungen zu ermöglichen. Quelle Hannoverische Allgemeine Zeitung. Die genauen Umstände des Einbruchs sind noch unklar. Die Polizei konnte noch keine näheren Angaben zur Situation oder zu möglichen Verdächtigen machen. Ebenso sind die Auswirkungen auf die Prüfungen noch ungewiss. Allerdings ist eine Wiederholung der Prüfungen wahrscheinlich. Quelle NDR Nachrichten. Dieser Vorfall unterstreicht die zunehmende Notwendigkeit, die Sicherheit an Bildungseinrichtungen zu erhöhen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Situation in Zukunft zu vermeiden. Während der Vorfall für Schule, Schüler und Eltern unglücklich ist, zeigt er doch deutlich, dass mehr Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um sowohl die physische Sicherheit als auch den akademischen Prozess zu gewährleisten. Quelle Spiegel Online. Die Schulbehörden informieren alle betroffenen Parteien weiterhin über die Entwicklungen und planen, die Prüfungen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, sobald die Polizei ihre Untersuchungen abgeschlossen hat und die Sicherheit auf dem Campus gewährleistet ist. Autorin Anita Farke, Freitag, 12. April, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.